Hallo und herzlich willkommen zum letzten Video der BeerZone, genau gesagt den letzten beiden Videos der BeerZone. Es geht nämlich zu Ende mit diesem Event, es folgen die Videos der Operation Chernobyl. Und bis dahin seht ihr hier noch einmal die letzten Reste, alles was wir nicht verwerten konnten. Es wird sehr lustig, es wird sehr abwechslreich, aber der Schnitt ist jetzt nicht besonders. Ich habe nur einen Tag daran geschnitten an den beiden Videos. Erwartet nicht zu viel, schaut es euch an oder lasst es sein. Es gibt am Ende noch eine Siegerehrung, eine Verlosung und viele interessante Szenen. Das letzte Video, das wird doch nochmal richtig interessant, das wird nochmal ein richtig großes Spiel am Ende. Und ja, alles was wir so gefilmt haben, bekommt ihr da zu sehen. Rechnet innerhalb der nächsten zwei Wochen mit den Videos der Operation Chernobyl. Da gibt es dann auch wieder eine Story für euch und ich erkläre euch dann, was da so läuft. Wir können ein paar Leute noch rechts rüberbringen, dann geben wir uns mit uns die Schlange. Wir können... Ich bin hier... Ja, nach Ekeil, was kommt Daniel! Ich habe hier eine Wunschlnennene mehr! Gut, gut, gut! Ich bin hier... Gut, wir können hier drücken, dann blüht das hier. Ja, wir müssen hier irgendwie hin. Wir wollen... Ja, wir wollen... Wir wollen hier... Wir wollen hier mal... Wir wollen hier mal weiter... Wir wollen hier... Wir wollen hier... Bier! Bier! Ich liebe! Bier! 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 Arme Warte! Japp! Ja, das ist gut. Wo ist denn der Typ? Hier links sehe ich keine mehr im Busch, aber da vorne rechts, in dem rechten mittleren. Der Will kann mitgehen, ich gebe euch Deckung. Okay, pass auf, wir machen einen Vorstoß. Unter der Tanne sitzen sie jetzt. Eine muss aber nach links gucken, weil ihr Fuß ein bisschen ausfällt. Das ist doch klein oder? Du fährst besser durch sie. Kontakt! Hoch, hoch! Hoch, hoch! Hoch, hoch! 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 Hoch, hoch! Hoch, hoch! … Ich war vorhin bei jemand anders angebunden, Scheiße. Versuchen, auf die Füße zu zielen. HIT! Ah! HIT! Absolut beschissen. Das ist ein Film hier, die Stelle. Hä? Die Stelle ist ein Film absolut beschissen. Also mit dem Kotzfall. Ja. Ja. Kann ich auch noch nie sehen. Wie ruhig das sein? Wie ist das? Ist das ein Thumbmaid? Nein, wieso? Ja, sei schon. Also, auf euch und einen sensationellen Tag. Ein tausendfaches Zicke Zocke Zocke! Hei hei hei! Zicke Zocke Zicke Zocke! Hei hei hei! Zicke Zocke Zicke Zocke! Hei hei hei! Danke scheeeee! Es gibt mich diesen Autofokus schief in der Kamera. Du kannst das einfach nur nicht. War wahr. Nee, war auch manuell gestellt. Alles gut. Ja, dann kann auch kein Autofokus nicht. Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist reich. Ja. Danke. Super. Hab mich fest, Stefan. Hab mich fest. Ja, du dich doch fest. Ich kann hier dein Gürtchen festhalten. Kannst du ja gehen. Kannst du gerne mit deiner Hand halten? Na? Oh, nee. Schön schluppern! Ha, 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 ha! Geht schon. Alles okay. Alles okay. Alles okay. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Willst du dich zweimal drauf haben? Ich will mich zweimal sehen. Hi. Willkommen bei der LKW-Fahrt. Wenn Sie jetzt von Ihnen aus rechts gucken, sehen Sie einen Bach. Wenn Sie von Ihnen aus nach links gucken, sehen Sie einen Gorilla. Was? Was? Ein Gorilla? Was? Jetzt fasst er mich auch noch an. Ich fühle mich gerade nicht sehr wohl. Sehr schlecht vermutlich. Ich hab mich bei der letzten Fahrt schon nicht wohlgefühlt und jetzt stehe ich. Das hat nichts mit der Fahrt zu tun, dass ich mich nicht wohlfühle. Wieso? Ich will lieber ins Visier anschauen. Ins Visier. Ah! Esstütensuppe. Tütensuppen sind alternativlos. Soll ich was so geil machen? Hat der Kerl eine Bifi im Hut? Keine Ahnung. Ah ja stimmt. Ich hab doch eine Bifi im Hut. Weil ich es kann. Total Bifi ist in der Bonne schlafen. Weil ich es kann. Drei, zwei, eins. Miefi! Schaffst du euch, ne? Episch. So du sagst jetzt das geilste was jemals passiert ist und du sagst dass es total geil war Auto zu fahren? Beides. Alles. Egal. Sag nochmal. Es war total geil mit den Trucks im Gelände rumzufahren. Das ist ein mega geiles Gelände. Ich hab glaube ich selten so ein geiles Gelände bespielt und der ganze Kram macht einfach mega fun. Es geht um Bier. Bier! Ja spritzt es mir in den Mund. Ja warte ich muss mit der Hand erstmal ein bisschen vorarbeiten hier. Okay pass auf Achtung es kommt. Okay, ich schluck es alles runter. Alles! Nicht anders? Ja, ne? Eine GR14 EBR in Silberfinish verlost werden, die hat auch ein spezielles Marking, das wurde von uns gar Laser aufgebracht, also leisten wir so ein Marking drauf, das zeigen wir dann auch dem Gewinner näher und das verlosen wir jetzt aus den ganzen Mützenempfängern, die sind hier drin und ich glaube, dieses Jahr muss ich nicht so kämpfen wie letztes Jahr. Aber man muss dazu sagen, letztes Jahr habe ich die Box gebaut und die haben so zubeklebt, dass ich Sebastian aufgekriegt habe. Dieses Jahr hat es ein Sponsorting von uns gemacht, weil das natürlich besser funktioniert. Okay, ich würde dich bitten, dass du gerade mal kräftig wühlst, nach oben guckst und einen glücklichen Gewinner ziehst. Okay, gewonnen hat jemand ein populärer Name, ein sehr häufiger Name. und die Nummer fängt an mit einer 3, mit einer 9, mit einer 1, 3. Der Kollege heißt Meier. Hallo! Haben wir einen Meier hier mit der Nummer? Heuer! 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 3, 9, 1, 3! Auf die Bühne! Arm und Beine mit einer drehenden Scheibe! Heuer! 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 Rechts! So, vergleichen wir mal die Nummer. 3913 Hast du Perso dabei? Ich kann davon ausgehen, dass du 18 bist. Also es ist ja so, dass alle, die hier spielen, müssen ja 18 Jahre alt sein. Und er sieht auch nicht aus, wie wenn er jetzt zwölf Jahre wäre oder so. Von daher würde ich sagen, er hat schon ein Anrecht auf die Waffe. Und möchte ich dir jetzt noch herzlich beglückwünschen zu dem Baby. Auch, dass die Jungs das sehen. Und das Besondere an der Waffe ist, wir haben hier die Markings. Dreh mal rum, dass die Kamera das auch sieht. Mit Pearson 6. Ja, das heißt, das ist nicht irgendeine GH14, sondern das ist wirklich ein Unikat. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Dankeschön. Und, ähm... Man trifft sich. Ja, genau. Und, ähm, wir sind unheimlich stolz, dass wir als allererste, der Software-Store hat als allererster die GH14 von German Sport Guns im Programm und hat sie hier auf der Pearson verkauft. Leck mich am Arsch! Und... Und die geht jetzt... Ähm, also geht an den zweiten Platz vom CQB. Und wir haben... Warte ich den Zettel. Mit einer Zeit... Von 14 Sekunden 46... geht an den... Karo Borster... mit der Spielernummer 5-3-0... 1-7-1. G14 muss man sagen, es ist keine M14, sondern das ist... Ähm, das ist so die neue Interpretation des... neuen Stürmgewehrs, wie es vielleicht für die Bundeswehr sein könnte. Ist so... D36... Future Design... Und, äh... Es ist... Also ich finde es recht handlich. Und, ähm... Ist mal eine ganz gute Alternative zu den... Standard-Sachen, die es so gibt. Äh, ist ein ARES-System... Äh, mit... Äh... Mit ECS-System. Also, äh... Dass man immer das halt von ARES kennt. Mit den... Technischen Spezialitäten. Gut. Weil G&G... Sponsort ja auch... Dieses, äh... Reaktionsschießsystem. Ähm... Wir haben dafür gewählt eine TH418... Mit ASCU. Ähm... Die gibt's so nur bei uns. Und... Gewonnen hat die... Mit einer Zeit von... 14 Sekunden und 38... Die Spielernummer... Fünf... Drei... Null... Eins... Sechs... Neun... Ich hab's brüllen hören. Ey, wollt ihr mich verarscht, oder? Ah, jetzt hab ich ihn nehmen! Der hat ja fast einen freistreitig gemacht hier, ne? Der hat ja fast einen freistreitig gemacht hier, ne? Aha. Okay. Gut. Das war der Mannenruhe, der hat gekämpft heute. Ach, für mich! Natürlich! Ja, also das ist ein ganz besonderes Baby. Mit der hast du, denke ich, richtig viel Spaß. Ähm... Wir hatten keine normale Switcher nicht mehr, sondern eine ASCU. Kennst du? Das ist ja gut, da weißt du auch, da brauch ich dir nix erzählen. Ähm... Ja... Viel Spaß damit! Und nochmal ein ganz dicker Applaus für unseren ersten Platz von CQB. Bevor er liegt jetzt weiter, dann endlich gehe ich. Okay. Ich möchte mich hier nochmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Wir sind echt eine super Gemeinschaft hier. Ähm... Es ist unbeschreiblich, was das für ein Event ist. Wir sind unheimlich stolz, dass wir hier sein dürfen. Und freuen uns jedes Jahr hier auf die Biersöne zu kommen und mit euch... Besonders ich auch, mit euch zu zocken. Ich wünsche euch noch was und einen schönen Abend. Macht's gut! Ich sage ja, Niklas liegt im Gras. Das ist was anderes erwartet. Vicky! Vicky! Von oben runter oder von unten hoch? Boah, episch! Wir haben uns wunderbar unbeliebt gemacht gerade! Ja! Ne, bin ich hier! Wir haben hier vorher noch... ...nur rechten und rinken hier! Ja, wir hatten doch unsere Fahne dabei! Ja, wir hatten doch unsere Fahne dabei! Und die Elite auch, glaube ich! Sind auch dort unten und die verteidigen das Ding! Bedeutet, die verteidigen das gegen beide Fraktionen, gegen uns und gegen die anderen! Respawn, äh, ganz fix ist aller 10 Minuten, also 5, 15, 25 und so weiter und so fort! Äh, das ganze Ding geht 45 Minuten, das dann, dann müsste irgendjemand halt das Teil haben oder halt nicht! Ihr seht, wir sind in der Erhöhung im Geländevorteil, wir kommen von oben, die Diebe kommt von unten, dafür sind die ein bisschen näher dran an der Kiste, aber ich mag die Höhe! Also, Bierbrauer, seid ihr noch bereit für die letzten 45 Minuten? Ja! Wollt ihr die Bierdiebe? Ja! Fickt sie in den Arsch, bis sie bluten! Ja! Also, ein letztes Mal, ein tausendfaches, ein millionenfaches! Ich will, dass die da unten zittern! Ich will, dass die sich einscheißen! Ich will, dass die spüren, was die Bierbrauer heute geleistet haben! Also, ein dreifaches! Zicke, 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 zicke! Hey, hey, hey! Zicke, 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 zicke! Hey, hey, hey! Zicke, 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 zicke! Hey, hey, hey! Dankeschön! Ihr seid die geilsten! Und euch einfach eine Flasche rausnehmt! Wir haben den Highlander, das ist bei uns eigentlich offiziell der einzige, der unsterblich ist. Und der hat heute ziemlich viel abgekriegt. Ja, hallo liebe Leute! Ich habe die Ohrge gebeten, dass ich gleich vorher nochmal vor Ort zu euch sprechen kann. Wie ihr seht, bin ich ganz schön lediert. Ich mache jetzt den Highlander auf der Bierzone inzwischen das vierte Jahr. Macht immer sehr viel Spaß! Wer mich kennt, weiß, dass ich das auch sehr gerne mache. Aber was ich in diesem Finalspiel erlebt habe, das war wirklich nicht schön. Und ich habe da richtig abgekotzt. Liebe Leute, achtet auf eure Sicherheitsabstände! Ich werde dort wie ein Wille, was fällt, das ist in Ordnung. Aber die Leute müssen nicht aus zwei, drei, fünf Metern mit den Hauptwaffen, großen Gaswaffen, ähnliches, auf mein Gesicht schießen. Mit den Worten, dann geht er weg. Das kann nicht wahr sein. Hätte ich nicht diese Ganzgesichtsmaske getragen, dann hätte ich wahrscheinlich inzwischen noch mehr Zähne, was ich da alles abgekommen habe. Also, das kann wirklich nicht sein, dass die Sicherheitsabstände so konsequent ignoriert wurden. Also, wenn wir in Zukunft noch weiter Freunde sein wollen, möchte ich euch bitten, da zukünftig darauf zu achten. Ich weiß, da ist viel Adrenalin drin, da geht wirklich was ab. Ist das der Tag, wo zum sechsten Mal die Bierbrauer den Sieg nach Hause tragen? Oder? Ist das der Tag, an dem zum sechsten Mal die Bierbrauer den Sieg nach Hause tragen? Oder ist es vielleicht der Tag, an dem zum ersten Mal die Bierdiebe das nach Hause tragen können? Ich würde sagen, das zweite Mal ist lauter und das stimmt! Zum ersten Mal die Biergübe! Die Biergübe! Die Biergübe! Die Biergübe! Herzlichen Glückwunsch! Euer Lied! Wir, 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 die Champions! Einen großen Applaus an die Biergübe! Und auch einen riesen großen Applaus an die Biergübe, die eben so hart gekämpft haben! Und als wär's ein Wüns, als wär's ein Wüns, als wär's ein Lied, als wäre ich mir so gut gerufen! Und wenn wir entgehen, ich hab's ruhig, aus dem Allgemeinen! TRECHEN! TRECHEN! Echt, 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 Echt! GYNCHEN! Yes! TRECHEN! Goddess, правильно! 여러분들이 die Menschen wehren, weil wir uns in den allbekannten Leben auf einem Fall an der Kasse und die salutenden Kasse Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja!